So, jetzt sind wir da rum, gleich sind wir daheim. Hans, Mensch, ich schau so müde wie ich. Oh ja, jetzt bin ich froh, dass wir mal da oben daheim haben. Ach, das war ein Ritt, aber wie du gesagt hast, man staut sich das. Kleine Vampire, ne du. Ja, fahr mal ein bisschen rechts, ne, dass da irgendeine Notfall wäre oder so. Ja, ja, aber guck mal, da ist kein Blaulicht da. Wahrscheinlich bloß, dass man da noch rumleichtet. Ich kann da denn wieder ab. Also, ich hab echt gar keinen Bock mehr, sei dir ganz ehrlich. Den Hans, hey, wieso an der U da haben wir so in der Grenze angehen, weißt du? Ja, warte, halt, 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 mal, halt, mal, dass da was wäre, komm, lass mal der Aufstecher aus dem scheiß Hobel da. Ja, soll jetzt zurückwärts fahren, oder? Ja, ich steig mal raus. Ah, die Fahrzeuge nicht zurück, müssen wir da oder haben eine Freihalte, weißt du? Halt, 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 ich schau, du, schau, du, bleib so. Ich kann mich mal gerade ganz auf die Straße zurück. Ah, steig mal raus. Steig mal raus, Seidel. So, ach, lass da mal gucken. Wer ist denn da vorne, wer ist denn da vorne? Wer ist denn da, Bad, ich hab keinen Bock mehr, ich will heim. Na, guck mal, gleich eine Demo, wie wir, wo wir da vorne waren, aber schon rehrt. Oh Gott, das ist doch auch schuldig. Aber die bleibt bloß vor ihm. Wenn ich das halt gar nicht in der Küste da habe, ne? Auch nicht, auch nicht. Zeig dir, der Hof brennt die Politik brennt. Stell ihm zu 100%. So schnell, da wär was von der ich kennt. Was ihr mehr kennt, wenn ihr wisst, wo das ist. Ja. 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 Haha. Hey, komm, lass mal da vier Rädel. Das soll ich verdrängt, ehrlich gesagt. Da muss ich auch noch Unterhalt zahlen, ne? Dann komm da herab, ey, what the fuck. Boah, guck mal, geil. Alter, die Raupe. Ja, junger. Junger Vater, ey. Ich bin mit alten WC vergesst, wie wir Bauern zahlen, wie wir da sitzen. Ja, jetzt sag ich mal, einfach mal kommen die Maschinen her. Wir hatten noch keinen Bauer daheim gesehen. Ich hab doch doch gesagt, im Malzbretchen hab ich das doch gelesen. Ach so, ja, das kann ja ich nicht wissen. Das weiß ich nicht. Und die Zuhörer Tiere sowieso nicht oft. Das ist doch feuer. Ach so, guck mal, die ganze Spedition ist da. Ja. Ja, ich weiß, dass man so eine Spedition haut. Ha, aber ohne Aufliegel. Ah, ist schlecht. Ach, guck mal, den Finder legt mir. Ja, was hat das, wo ist das? Oh, komm. Getönte Scheibe, oh, jesus. Der, der Bauer hat Kohle. Regionale Lehmzülle brauchen, regionale Landwirte. Das ist ja recht. Ja, auch recht hat auf jeden Fallet. Guck doch das mal, ne? Jesus. Ja, ich sag, die Jungen macht jetzt gut. Ohne der, ohne Landwirte wärst du hungrig, knackt und nüchtern. Ah, nüchtern. Ah, nüchtern, ja. Ah, ja. Alter, was geht der Hohne ab, bitte? Ich stebe ruhig, wenn du das Essen im Kopf rauch ich dir. Junge, 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 was geht der Hohne ab? Was hat er mir verpasst? Wir waren jetzt gerade mal geschwinde ein bisschen gut. Und schon geht's da Hohne so zur Sache, oder wahr? Guck mal, den Finder. Ja, das ist, das ist... Black Beauty. Ja, lass mal, ne? Aber das ist der Finder vom Ding, vom Lohner. Velo. Neu vom, neu vom Händleuchtest. Ah, den der Vorführer, wo der uns älter her wollt. Guck mal, da ist der Startgärner. Hallo? Hallo? Ja, soll ich in maßen das schwärtschen jetzt schon wieder? Guck mal, da ist schon ein paar Sohnen, das ist ja ein Opa, aber... der ist halt auch nix, mein. Der schüttelt irgendwie bloß den Kopf. Na, die Zeit. Na, der bestariert. Ich kann jetzt nicht sagen, mach's da losig. Der weiß auch ja, guck mal, wie der mit den Händen fuchtelt. Ja, geh, aber ja, schon. Wir sind ja auf dem Boden, na. Aua, guck mal, da hat er... Boah, der Mann, der... ... und der Händler auch recht, oder? Ist ja gut. Ja, da ist jetzt nix, mein. Neu. Ja, die fahren wir jetzt rum. Ja, das weiß ja, und wir müssen da nicht durch. Wir haben da rum geht's kein Weg. Bloß da vorne auch, da kommen wir auch durch. Daher kommen wir schon zweimal durch. Ah, jetzt überlegen wir mal, lasst da mal was brennen, oder lasst da mal irgendwie gut gehen, da kommt doch gar nix durch. Ja. Schwierig. Ja, ja, ich denke jetzt oft so gut, wenn jetzt sie, was du mal kaufen willst. Ja, ja, ja. Ja, guck mal, die Leute, die müssen irgendwo andere Dinge haben, die können dann umweg, weil, guck mal, jetzt sag ich keiner mehr da. Ja, aber guck mal, dann müssen die irgendwo auf der Demo sein. Wann hab ich das bestimmt eben? Ja, du brauchst jetzt nicht nachher jener zu sprechen, Mensch. Warte Zeit. Ja, ich geb dir auch gleich Mahlzeit dahin. Wann glaubst du denn du? Jetzt komm mit. Können wir da einen durch? Ah, kritisch. Es wird glaub nix. Ja komm, wer führt von uns, breit jetzt den LKW durch oder ein? Ein. Bist du? Auggiwabibifahrer. Hashtag mal ein. Also du dir klemmt. Sag hast nicht nein, du musst bei mein, bei mir nein. Du musst bei mir, sagst du mal ein Beif in die Fahrerseite rein und dann musst du nachher rutschen. Wartet sie. Anders braucht es nix. Ich kontrollier mal noch der Hänger. Ja, der Hänger sieht gut. Ach so, da unten sind. Ob sind die Ra? So huggest du, oder wie? Ich bin Beifahrer jetzt, ja. Na ja, also sieht eigentlich gut aus. Jetzt muss man da oben an die... Scheiss Lappen da, raufklappen da. So, und dann gib mir mal der Hörner Gas. Cool, nicht du mal. Ich glaub wir müssen da hin. Wir müssen jetzt da rückwärts fahren. Ach gut, die scheiss Autos können da auch mal weggehen da vorne. Mensch, und Kinder. Sollen wir die scheiss Autos da vorne. Ja, kannst du noch ein Stückchen, ein Stückchen noch. Komm fahr mal weg mit deinem Hobel. Wir haben es billig gewusst. Kaufen wir mal einen rechten Kacher. Jetzt aber wir fahren mal wieder. Dann muss man ja irgendwann mal ein Snubi noch einschreiben. Aber jetzt gucken wir mal ob wir da hin dürfen, ob wir auch mal herkommen sind und nicht rumkommen. Aber du hast ja auch in dem LKW drin. Ja. 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 Da weiss man auch einfach mal, wo du herkommst. Weiß mal da hinten rechts nach. Dann wollen wir doch das irgendwie umfahren können, oder? Ja, hätte ich schon. Ja. Aber ich sag dir ganz ehrlich, wenn du das so demonstrieren siehst. Da habe ich gar keinen Bock mehr. Da ist ein Aufwels und bewirtschaftet. Mhm. Mhm. Ah, ich weiss wie es weiter geht. Du musst jetzt geradeaus weiterfahren. Ja, ich glaube auch immer. Siehst du, diese Leute haben bestimmt jeder gedacht. Schau mal raus. Lass mal das Wärste fahren. Äh. Äh. Ja, die laufen einfach mal wieder, die Segel. Ja, geradeaus musst du fahren. Geradeaus musst du fahren. Ja, da hast du nicht mal einen Gator. Was ist da los? Ja, jetzt küsst du dich. Ja, guck mal. Warum steht jetzt da kein Problem? Wir sind ja schon weitergezogen. Ich weiss nicht. Jetzt musst du nachfahren, fahr nach. Ich habe keine Lust mehr. Ich habe gleich gesagt, der scheisse E-Buy-Kauf ist nichts. Wir kommen da und ich bei Demonstration finde der scheisse. Dann kommen wir da. Nein, dann ist so ein türkischer Ali von Kiefer da. Ich habe so kein gutes Gefühl bei dem jetzt. Ja, ich weiß nicht. 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 Wurde. Da kommt noch ein Kackspack raus. Wansch? Ah ja. Oder sonst herum, der Klump. Nein, ich weiß nicht. Na klar, in sich ist ja schon geil. Aber guck mal. Warum hat der nur die Schilder drinnen? Ja, aber weisst du was. Das nächste Mal gehen wir mit demonstrieren. Gehen wir überdrehen. Da sind wir schon wieder heim. Soll ich ausstehen oder? Wem macht's du auf? Ah, ich, weil du musst nicht über meine Fahrerseite raus, weil der ist scheiss Dirtland. Das wäre ja mal wieder deine Idee, aber ja gut, weil deine Idee ist natürlich wieder nichts. Ich denke, du sagst immer, ich soll sparen. Ja, du bist halt immer im falschen gesparen, das ist dein Problem. Du hast wenigstens so ein einziger Pult, oder? Ja, guck mal, der Schnee ist sogar weg. Einer, ne, sagenhaft, du. Ah, du Schlüter, den müssen wir vorher auch noch dem Hubsi vorbeibringen, gell? Ja, und dann, wann nehmen wir dann der Ditz halten, oder was? Ja, ja, ja. Ja, da müssen wir dann mal gucken. Das ist neu geschwitzt, das sag ich dir. Ja, dann bin ich wirklich da, aber mal gucken. Sorry, oh, schau, Luftdorf. Ah, der kann rein, ey. Der Karpark jetzt da herunen. Du kannst jetzt da herunen aussteigen, weil ich geh jetzt ins Nest. Ja, jetzt keine Lust mehr. Ich geh jetzt ab, keine Zeit, wie es ist. Das hab ich noch nie keine Lust. Wann mit, bei deinen scheiß Ebay-Angeboten? Ja, es ist ja auch mal gut. Ja, ja. Erstmal noch gesparen, geh mal weg, muss erst mal den Kolben ziehen, komm. Ah, komm zu, den Kolben. Ich geh jetzt rauf ins Bett. Gut. Gut, naja. Vielen Dank.